Hier machen wir heute Urlaub am Südstrand in Wilhelmshaven. Sehr schön hier. Es lohnt sich immer nach Wilhelmshaven zu kommen. Das ist der Südstrand. Wunder wunderschön. Da sind die ganzen einzelnen Hotels. Das ist eine Babymöwe. Da ist die Mama Möwe. Und hier ist der wunderschöne Südstrand. Da kann man sich die Strandkörper ausleihen und das Wetter nochmal doppelt genießen. Hier sind die verschiedenen einzelnen Hotels, wo man den Ausblick immer auf den schönen Südstrand haben kann. Hier ist der Hafen, der kleine Hafen. Da ist der Schiff für die Hafenrundfahrt. Dann fährt man einmal hier lang und guckt sich den schönen Südstrand vom Wasser aus an. Hier ist das Aquarium. Das lohnt sich auch sehr. Ein Besuch. Wunderschönes Wilhelmshaven. Ich würde hier immer wieder Urlaub machen. Hier ist das Deutsche Marienmuseum. Hier ist das Deutsche Marienmuseum. Da hinten ist das Flugzeug. Da kann man reingehen. Ein Flugzeug. Zipfen auf das große Griff da hinten. Da kann man auch immer drauf gehen. Hier ist das Weltnaturerbe Wattenmeermuseum. Das ist unsere Sitzstrand von den Nadel. Sehr schön. Applaus